Und jetzt frage ich mich, wie kommen wir da oben hoch? Müssen wir da hoch? Können wir da hoch? Sollen wir da hoch? Dürfen wir da hoch? Also hier offensichtlich nicht. Und ich frage mich, ob wir nicht doch hier so hochkommen könnten. So jedenfalls nicht. Das wollte ich euch mal zeigen, wie es nicht geht. Falls ihr dann 4-2 spielt, macht es nicht so wie ich. Also nicht failen, sondern einfach machen. So, dann müssen die Toten ausplündern hier. Und da kommt man doch bestimmt auch irgendwie hin. Da hinten ist dicht. Ach, Mensch. Kinder spielen. Schrotgewehr brauchen wir jetzt nicht so. Sturmgewehr ist wieder voll. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Auf Regale klettern könnten wir theoretisch auch. Bringt aber nix. Bevor wir jetzt da oben weitergehen, würde ich echt gern mal wissen, wie und ob man da drüben hinkommt. Also hochklettern geht wahrscheinlich nicht. Nein. Einen Leiter gibt's hier auch nicht. Ich probier's noch mal. Was soll's. Umschubsen kann man da auch nix. Ich bin so schlau. Und jetzt Konzentration. Olympische Disziplin. Jetzt holt der Gold für Deutschland. Und Anlauf und naja, war doch nur Bronze. Also ein ganz billiges Bronze. So ein angelaufenes, rostiges, ekelhaftes, weggeschmissenes. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also die nächsten drei Folgen des Let's Plays verbringe ich damit, da drüben drauf zu springen, obwohl es da wahrscheinlich nicht mal was gibt oder so. Ach komm, scheiß drauf. Weil da war eh nur ein Tor, das man nicht aufkriegt. Ich hab da keine Waffen oder so gesehen. Also ist man drauf, drauf gecheated. Also gecheated quasi. Und in welch frohlockendes Gässchen kommen wir denn hier bitte hin? schon wieder einladende Geräusche hier. Da fühlt man sich ja langsam zu Hause bei so viel mit Ballern. So, wer kämpft denn da gegen wen? Replikas gegen... ...komm ein... ...ne, geht nicht. Nehmen sie den Hauptversorgungsaufzug zur Oberfläche. Ich bin noch gar kein oberflächlicher Typ. Ich bin noch mehr so der Tiefgründige. Mann, ich komm hier einfach nicht zum Schuss. Wie kann der mich denn überhaupt sehen? Immer diese Supersoldaten. Das ist doch unglaublich. Oh, der... ...der dunkelgraue Pixel hat sich grad auf dem Schwarz bewegt. Das hab ich genau gesehen. Mit meinen Super-Replika-Augen. So, zum Glück haben wir diesmal eine Schutzweste. Am Körper geschmiegt. So, okay. Aber das war's doch noch nicht. Da rief doch grad noch jemand laut Verstärkung her. Und übrigens wird da unten auch gleich die Post abgehen. Ein weiterer Ort, an den ich mich erinnern kann. Damals, als ich noch 10 war, als ich das das erste Mal gespielt habe. Jetzt bin ich ja 12. Fast. Bald. Wo verstecken die sich denn, die feigen Hunde? Bin ich ja der einzige mutige Typ, der sich kriechend übers Dach schleicht, um Feige aus dem Hinterhalt zu morden? Und... wieso ist es so still geworden? Hallo. Ach, da war gar keine Leiter zum Runterklettern. Heißt natürlich im Endeffekt auch, dass wir... nicht mehr wieder aufs Dach können. Und die hätte ich mir jetzt nicht nehmen sollen, ich Idiot, weil die Weste war ja eigentlich noch gut. Die war neuwertig, die habe ich aus dem Rotkreuz-Container, die hat man noch auftragen können. So, hier geht's offensichtlich nicht mehr weiter. Ich schleiche jetzt ganz bewusst durch die Gegend. Um jederzeit den fiesen Hinterhalt zu erwarten, Verdammt nochmal, wo sind die denn alle hier? Hallo, Freunde. Da hat doch gerade noch jemand nach Verstärkung gerufen. Okay, tief durchatmen. Umschauen. Irgendwo müssen sie sein. Die werden sich ja schon irgendwo verstecken, die Schweine. Haugen geworfene Koffer. Wollten wohl verreisen nach Rimini. Ohne mich, diese treulosen Hunde. So. Oh ja, Bastard, habt ihr mich doch gefunden. Jetzt ist es schwer zu ruhig. Ihr finsteren Ganoven. Mit euch mache ich kurz einen Prozess oder langen Prozess. Ich bin mir noch gar nicht so sicher. Aber irgendwer hat hier geschossen. Und gerade nachgeladen. Ach, und eine Granate geworfen. Aber wer denn? Ach du. So, das war einer von eurer Sorte. Und ich habe das unbestimmte Gefühl, dass ich in dieser Halle meinen Tod finden werde. Oh, oh. Also. Shooter-Regel Nummer 1. Wenn irgendwo ein kaltes Buffet aus Waffen und Rüstung und Gesundheit herumliegt, einfach so in der Gegend, dann wird gleich irgendetwas Großes, Schlimmes passieren. Kein Shooter ist so großzügig, dass da was liegt und da was liegt und da hinten noch was liegt. Ei, 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 ei. Ich habe das Gefühl, wir dürfen uns gleich auf eine heitere Lustigkeit einstellen. Hallo? Huch, jetzt wollte ich gerade rennen und, äh, naja. Hallo, Freunde? Lasst mich doch nicht alleine. Ich habe heute Geburtstag. Ihr könnt doch jetzt nicht einfach so hier mich alleine rumlaufen lassen. Ich habe doch, ich will doch spielen, Topf schlagen und Dringelpiz mit anfassen und fangen den Spitz. Familienedition. Ich sehe ein Computerterminal. Drücken, um den Fahrstuhl zu aktivieren. Der Fahrstuhl ist wahrscheinlich etwas, was... Okay. Wenn ich jetzt hier drücke, wo kann ich mich am schnellsten feige verstecken und winseln wie ein Hund? Naja, egal. Was soll's. Schließen Sie die Überdruckventile, um den Aufzug in Betrieb zu nehmen. Au. Au, 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 au. Ach, du Scheiße. Was? Wen habe ich ausradiert? Ja, ja, ja. Jetzt ist er... Na. Ach. Hund. So ein Unwürscher. So, ich habe das Gefühl, dass... Ich brauche nicht mal das Gefühl haben. Ich habe ja sowieso keine Gefühle, weil, äh... Ich bin ja so ein eiskalter Killer, wie man sieht, ne? Also, da ist schon... Das ist schon so eine Hausnummer hier, die ich vertrete. Also, Gewalt gegen Computergegner. Das ist für mich Alltag halt, ne? Äh... Ich muss aufpassen, was ich sage, damit ich nicht auf RTL dann im Fachmagazin, im wissenschaftlichen... Journalismus. So. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt ein Ventil schließe... Ich teste meine These mal. Nicht? Also, ich hätte gedacht, wenn ich jetzt ein Ventil schließe, dass bei jedem Ventil wieder irgendwelche Viecher hier... herausgesprungen kommen, aber offensichtlich, äh... habe ich mich da getäuscht. Allerdings liegt das kalte Buffet immer noch da, und ich glaube trotzdem noch, dass man das brauchen wird, ganz dringend. Hih! Das ist ne... Bitte... Mh! Äh... Besiegen sie die Power! Ahahahahahahaha! Ahahahahaha!